Wir sind die Badische Staatskapelle. Wir sind das Orchester der Stadt und des Landkreises Karlsruhe. Wir sind aber nur ein Teil der vielfältigen Kulturlandschaft dieser Region mit ihren Theatern, Museen, kleineren und größeren Veranstaltungsorten und den vielen selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern. Von März bis Juli haben wir einen bitteren Vorgeschmack bekommen. Was fehlt, wenn diese Institutionen und diese Menschen nicht stattfinden? Zeigen wir Haltung, tragen wir Masken. Damit wir noch im Winter dafür sorgen können, dass uns nicht für immer das Hören und Sehen vergeht. Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank!